Und willkommen zurück zu Let's Play Ocarina of Time Master Quest. Ja, wir befinden... Das ist Link. Ich bin die Suna. Wir befinden uns... Mal wieder. Oder immer noch. Dungeon war das vorhin nicht offen? Hä? Oh. Gut. Das kriegen wir auch anders hin, bin ich der Meinung. Komm, wir haben Mana. Das kriegen wir hin. Hoffe ich. Juhu. Oder auch nicht. Vielleicht mit einer gerade explodierenden Bombe? Oh. Moment. Oh, oh. Das war nix. Aber das kriegen wir hin. Zack. Das war nix, aber das kriegen wir hin. Gut, kriegen wir nicht hin. Äh, ja. Wie jetzt weiter. Äh, okay, ja. Shit. Achso, aber wir haben da ja was freigesprengt. Wir können ja mal gucken, ob wir, ähm... ...da irgendwie weitermachen können. Ich habe gerade jemandem WhatsApp geantwortet, während ich hier, ähm... ...bam aufnehmen bin. Ja, du mich auch. Das war dieses, äh... Achtung, gerade mitten in der Aufnahme. Ich glaube, der war gerade... ...heh. Das ist gerade dieses... Hm. Ich störe. So, hier sind wir. Na, kommt jetzt gleich wieder irgendwas, was mich mega erschreckt? ...wieso ist da... ...ja, ja. Geh weg. Ah, da ist er. Äh. So. Kiste! Da ist jetzt hoffentlich die Karte drin. Nee, der Kompass! Ach, Leute, ehrlich. So. Ah, ich weiß, wo wir sind. Okay. Ähm. Ich habe den Hammer. Ich überlege gerade, ob es... ...das ist ein schöner Grafik-Bug. Was ist hier noch irgendwas? Außer Rubine. Das wie nervt. Dezent. Kledern wir da mal hoch. Irgendwo muss es doch weitergehen. Ah, ich sehe Kisten. Ja, verpiesel dich. Ah, es muss auch unten irgendwo lang gehen. Halt's Maul. Ich versuch's nochmal. Gut, keine Schade. Es muss doch... ...einen... ...fucking Weg geben. Wenn ich dich nicht sehe, wirst du halt durch einen Wirbelangriff sterben. Meine Güte. Oh, ein Herz. Oh, Herz. Oh, Herz. Oh, Herz. Kurz mal auf den Timer. Gucken. Stirb, Echse. Okay. Eine Karte wäre schon manchmal echt geil. Oh. Oh, die Nase juckt schon wieder. Hier kommt gleich noch eins, oder? Nichts Wichtiges. Oh. Äh. Ah. Eigentlich logisch. Irgendwie sieht die Wand merkwürdig aus. Aha. Aha. Äh. Aha. Das ist ein Druckschalter. Da komme ich nicht schnell genug hin. Ich brauche irgendwas, was ich da draufstellen kann. Wo finde ich denn hier was, was ich da... Ich weiß ganz genau, wo ich was finde, was ich da draufstellen kann. Aber da komme ich nicht ran. Da ist doch bestimmt irgendwas drin. Natürlich. Oh, Mann. Wie komme ich da ran? Mit einem Pfeil werde ich nicht rankommen. Ja. 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 Das ist... Ja. Ja. Sekunde. Ja, okay. Ja, gut. Gucken wir kurz auf den Timer. So. Ups. Falsches Loch. So. Er sagt eh wieder dasselbe, ne? Qualen haben mein Ende. Ich bin frei. Vertraue dir ein Geheimnis an. Du hast mich gerettet. Ja, da. Feuer gefangen. Hast du Feuer gefangen? So schwinge dein Schwert. Oder rolle dich. Ach, kommen. Ehrlich. Das weiß ich doch. Ja. Ein Schlüssel. Jetzt kamen wir, glaube ich, oben durch die andere Tür durch. Reicht das? Äh, nicht ganz. Ja, reicht. Ja, du mich auch. Genau das wollte ich vermeiden. Und rüber. Oh, fuhr. Wo bin ich denn hier? Facke. Ach, scheiße. Ich weiß, wo ich bin. Oh, das war ätzend. Fing das gleich an, nachdem ich da unten war? Hoho. Nee, ich durfte erst erkunden. Okay. Oh, leck mich. Es hat geklappt. Da konnte ich mich rüberziehen. Okay. Wenn ich mich richtig erinnere. Wenn ich mich richtig erinnere. Oh. Oh, weh. Oh, weh. Das war hier etwas tricky. Huiuiui. Aber das kriege ich hin. Was? Okay. Nein, den raffe ich gerade nicht. Da war eine Tür. Da unten ist eine Tür. Ja, okay. Ja, okay. Echt? Die Gefahr laufe, da irgendwo runterzufallen. Äh. Da. Ja. Oh, schön. Gehen wir doch nochmal hinein. Ach komm, halt die Klappe, du Echse. Ähm. Gut, wir gehen nicht durch die Tür. Wir müssen durch die da. Aber um durch die da zu kommen, müssen wir wahrscheinlich den Schalter aktivieren. Das Problem an diesem Schalter ist, er ist ein Druckschalter, der gehalten werden muss. Was ist da unten? Das ist die andere Tür, die da reinführt. Ich bin doch nicht bescheuert. Aber netter Versuch. So, ich befürchte halt einfach, dass dieses Ding im schlimmsten Fall in Flammen aufgehen wird. Okay, es brennt. Ich reile den immer noch nicht. Äh. Hä? Äh, ja, schön, die brennen jetzt. Äh, und? Okay, nein, ich verstehe es nicht. Muss ich die Finger kaputt machen? Sind da Fackeln drunter? Nein, gar nicht. Da auch nicht. Da ist auch nichts drunter. Hä? Da oben ist auch eine Fackel. Ah! Da unten ist eine Fackel. Die muss ich anzünden, auf jeden Fall. Okay, da war eine. Aber sonst ist nirgendwo eine. Nur die. Ähm, okay, das sollte ich theoretisch hinkriegen. Soll ich, oh, das funktioniert so nicht. Was, das sollte ich schaffen? Mit einem Feuerpfeil. Nein. Da lang. Okay. Das war der falsche. Noch ein Stück rüber. Ach, komm! Jetzt! Das hätte ich wahrscheinlich auch geschafft, ohne dass ich großartig... Ich hasse diese Gänge. Ich habe manchmal das Gefühl, irgendwas kommt da. Alles klar. Und hier machen wir einen kurzen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Let's Play Okurina of Time Masterquiz. Bis dann. Ciao! Wir sehen uns beim nächsten Mal.